Hi liebe MSV-Fans, mein Name ist Alaa Bak hier. Ich bin ab nächster Saison auch ein Zebra und ich freue mich hier zu sein. Ich habe hier etwas für dich. Gibt es jemanden, der auf dich wartet? Du hast ja direkt schon hier den Familienblock finden dürfen. War es schwierig? Nein, eigentlich nicht. Es ist ja gut ausgeschildert hier alles. Wie ist so dein Eindruck hier vom Verein am ersten Tag und von den Fans-Devue bis jetzt kennenlernen durftest? Ja, herzliche Menschen haben mir auch direkt gesagt, dass die Fans immer da sind und hinter einem stehen. Ich freue mich auf jeden Fall, die Fans auch miterleben zu dürfen, sympathische Leute und ja, ich freue mich. Marcel, du hast heute deine Dauerkarte überreicht bekommen. Erzähl mal, wie war es? Würdest du es nochmal von ihm annehmen? Ja, definitiv. Es ist eine coole Aktion gewesen. Mit einem jungen, hungrigen, wilden Spieler werden wir hoffentlich die Saison oben mitspielen. Wie ist er vielleicht so im Zwischenmenschlichen? Ja, das ist ganz sympathisch. Ein junger, sympathischer Kerl. Denke ich mal, wird auch gut nach Duisburg passen.